okay ich denke ich bin soweit dann mal i could be und willkommen zurück zu let's play joker lele 100% waren semi blind ich bin immer dabei hier in der zweiten welt aufgaben zu ledigen wir müssen noch mal die hüte der schneemänner insammeln das weiß ich auf jeden fall dass das auch fehlt aber 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 für die federn fehlt mir eins dann wären wir bei 22 die geister 23 die schneemänner 24 das heißt irgendein ein weiterer fehlt mir dann auch noch mal schauen komm mal wie faul ich war da kommt er drüber zu gehen einfach mal rüber so ich würde folgendes sagen ich werde erstmal die fünf schnee ans hüte suchen und dann den schneemänner ihre hüte bringen ich weiß dass gleich im anfangsbereich eine sein müsste ich weiß auch nicht ob hier in der höhle auch was ist wenn sie sehen das ganze steht jetzt eigentlich nur noch im rahmen des backtracking weil wir schon einiges abgelaufen das müsste der erste hut sein ich mache jetzt mal nicht den fehler wie beim letzten mal dass ich dann einfach die schneemänner angesprochen habe ich suche erst alle hüte und dann reden wir mit denen ne ist ja vielleicht sind wir eine welche runter gefangen hey diga witz hey witzgeil so warte mal hut nummer zwei und irgendwie war hier nicht am anfang einer nach mir doch nicht ich habe mich geht so das war auf jeden fall hut nummer zwei einer müsste doch halt hier geht es nicht lang für mich stopp wohl kann ich hier oben lang kriegt mir das was ist nur die frage ne ich befürchte nein also aber obwohl ich gucke mal ich gucke mal ich gucke mal scheiße ist das rutschig hier pissig wer kam auf diese idee mit dem schneeflug eine jump and run passage zu starten nicht weiter bewegen gut gut ja 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 nein 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 ha 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 scheiße ist die frage ob das überhaupt da oben was bringt aber wir werden sehen gleich nee ich muss ruhiger stehen bleiben was nicht so leicht ist weil das nicht gut abbremst ỗ bam ins gesicht Da ist auf jeden Fall ein Schneemann. Habt ihr das gesehen? Diese Skills, ne? Ich hätte das, glaube ich, einfach haben können. Das war Hut Nummer 3. Ja, tatsächlich. Ich hätte, glaube ich, über diese Höhle gehen können. Da hätte ich es leichter gehabt. Ey! Was hört ihr denn an? Was ist mit euch los? Weihnachten ist ein bisschen zu früh dran hier, Jungs, oder? Obwohl, bis dieses Video hier online ist. Ja, wir wissen ja. Mein Upload-Rhythmus. Weil ich hier auch nochmal den Fernsehen wieder eine Pause anlegen werde. Gern? Schön, du da packst. Sag mal. Sag mal. Sag mal, sag mal. Also so aggressiv, Mensch. Alles so aggressiv. Ich muss ja alles gepackt. Da drüben ist auf jeden Fall ein Schneehauch. Ich meine, dann müssten es alle... Sag mal. Bist du denn des Wahnsinns? Hallo? Wie kann so ein scheiß probiges Insekt bitte einen Schneeflug platten? Also, ich weiß, wo alle... Alle Locations der Hüte sind. Jetzt ist nur die Frage... Ob ich dann auch weiß, wo alle Schneemänder sind. Äh, hier geht's nicht weiter. Aber ich dachte, ich müsste hier landen, oder? Ach, nee. Ah, ist hier, ist hier. Scheiße! Ne? Das war gar nichts. Das Problem ist, ich muss als Schneeflug dahin. Hier ist nichts Orientierung? Wo? Okay. Na, fliegen wir mal so lang. Hallo? Was trifftest du denn so ab? Richtig hässlich ist noch, dass ich immer noch dann... ...8 Federn suchen muss. Die sind wahrscheinlich wieder irgendwo ekelhaft versteckt, ne? Hähnchen, da go... Oh, cool. Ich wusste gar nicht mehr, dass man jetzt die Energie aufricht. Jetzt was? Dann versuchen wir erstmal hier oben... ...dessen Haufen zu beseitigen. Hö, hö, hat der Haufen gesagt. Ich muss jetzt mal wieder. Was? ... ... ... Das ist so, ich muss jetzt nicht mehr. ... ... ... Alter, okay Ganz dacht So Jetzt Ist es so scheiße, dass ich das nochmal machen muss, gell? Weil ich hatte eigentlich in einer vorherigen Folge In einer vorherigen Aufnahme-Session Diese Hosen alle schon kunden Das ist ein Triss, Alter Wollen wir Was wollen wir wetten? Dass diese Aufgabe, die mir fehlt Im Schloss ist Haha, geht schießt So Das müssen alle fünf sein Theoretisch ist doch jetzt Scheißegal, ob ich als Joka Und Lele oder Als Weißfund Günther Mich zu den Schneebahnen gehen, oder? Wir werden das testen, diese Theorie Äh, hallo? Kann ich hin mit dem Winn? Ich weiß, dass einer von denen Irgendwo hier oben rumgeisterte, ne? Was ist das denn hier mit diesem Move? Schießt du eigentlich durch alle Welten? Aber gut, für Backtracking, okay Da muss ich nicht mehr noch 10.000 Stunden lang abschampeln Ich weiß, dass einer in dieser Höhle da drin ist Das muss ich mal kurz testen Das ist folgendes Nein Lass mich stimmen Uh, du Äh, äh Ich will was wissen Kann ich bis hier hochfliegen? Ah, okay Unsichtbare Kanten Ich hab echt keinen Blatt Oh, Scheiße Ich dachte, das Wasser wär unter mir Guck mal hier Missed by that much Mir fehlen halt immer noch die anderen Aufgaben sonst Aber hier, genau Hier hatte ich die richtige Nennung Hier war ein Schneemann Gude Jihau Ein Schneemann, der Äh, friert Aber durch den Hut Sich warm fühlen Alles klar Makes sense Spiel, ne? Zwei haben wir Wo ist denn der? Spuck net Und spuck net Äh Warum ist hier Achso Okay, okay, okay Ich sag nichts mehr Ich war ihm etwas leicht verwirrt Aber egal Ich will noch mal alles abkrasen Ob ich irgendwo noch Ein Schneemann find Danach Das ist jetzt halt die Sache, ne? Dass ich Das erste Mal sowas Vollständig spiele Da weiß ich halt was schmales Und ich weiß auch nie Nie Alles Weil ich nie alle Aufgaben dadurch hab Da ist der Warte mal Was brauche ich denn Hier Okay, den habe ich befreit So Das bedeutet Was willst du denn? Du willst nur was zum Futtern haben Die Sache ist die Ich hätte theoretisch Nur Granaten im Angebot Obwohl, ne Auch da Feier Feier-Technik Wir können uns ja jetzt Diese Springerei Sparen Indem ich einfach Da hochfliege Zu dem Ne Das geht nicht Was willst du denn dann? Kriegst du dann die Granaten? Hallo? Hier waren doch irgendwo Granaten, oder? Ach ne Die waren oben Ich erinnere mich Oh ja, ich erinnere mich böse Was habt ihr für einen Schaden? Ich hoffe, das ist das Was er pressen wollte Haha Ja Das wollte er Bingo, bingo, bongo Haha Diese scheiß Hüte Interessiert mich auch Ja, sorry Äh Ich streame halt einmal die Woche Yoga Und ich bin halt schon ziemlich weit Jetzt mittlerweile Und erst mal Hi Mo Oder Meep Jeep Oder noch besser Der Videoschmied Aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen Ich habe auch keine Ahnung Wo die Hüte Also die Hüte habe ich jetzt schon alle Aber Was ist denn mit euch los? Wo alle Schneemänner sind? Da muss ich teilweise jetzt auch experimentieren Ich habe nur eine Vermutung Ähm Weil ich einige ja So halb gesehen habe Guck mal, hier war der Nudisten, Heini Bestimmt Pech als Schneemann Ich kann wieder zurück in die Öffentlichkeit gehen Okay Ich bin mir bei deinem Kleidungsstil nicht sicher, Kollege Ich meine In einer dieser Anfangshöhlen hier Ist da auch ein Schneemann noch Dann, wo ist der letzte? Hm Das wird auch ein Spaß Wie ist er wieder hier? Hey, ey Was da? Hallo? Was hat denn der von Invisibility Ich kann nicht mehr reden Invisibility Frames Zu viel Unterricht hier am Tag Hm So, den habe ich auch Äh Wo ist noch einer? Gute Frage Muss ich da hoch? Ich schieße mir das jetzt ein Okay Okay, da ist nichts zu tun Ja, das hat gar nichts gebracht Gell, ich bin wieder am Anfang bereich Ich will aber nicht Wenn ich jetzt aus der Welt rausgehe Das ist halt voll der Mist Habe ich jetzt aufgefunden Dann resetten die das mit den Hüten Also da oben in der Eishöhle war einer Mal kurz überlegen In der Kristallhöhle war einer Einer war unten an den Plattformen Und einer war Bei den Iglus Fehlt mir noch einer Wo ist der letzte? Schneemann Schneemann Will ich bei dem Wind jetzt hier? Warte, wo waren die zu? Drüben vielleicht? Ne Sieht nicht so aus, oder? Guck mal nach da oben Ne Ja, beruhig dich Ja, beruhig dich Kompadre Hallo Was sind die denn alles auf das Zivir? Ey Hallo Hallo Diese scheiß Viecher Diese schlimmste Gegner-Type Die sich hier im Einfallen lassen Für dieses Game Da gibt es auch nichts Das ist Das finde ich echt ein bisschen Wasted Alter Ne, ne? Wasted Potential Hier in diesem Spiel Wir haben so schöne Großflächige Weitläufige Areale Und teilweise wirken die Total leer Ist hier oben vielleicht Irgendwann? Schneemann, wo bist du? Sagt Bananarama oder sowas? Ach, Jakob Ich gucke auf Gügeln nach Die Lösung Wir brauchen hier für Mooskills Ich habe keine Ahnung Wo der Schneemann sein soll Aber in dem Schloss Kann keiner sein, gell? Ja So Schauen Da war ich Ganz am Anfang War er auch einer, oder? Oder habe ich den schon? Ich habe keine Ahnung Also der, der hier ist Dem habe ich seinen Seinen Hut schon gegeben Wo ist der noch? Den Pirat Den Pirat habe ich seinen Zug auch gegeben Den in der Kristallhöhle Hä? Hä? Wann mal, ich habe hier Einen Hut doch beseitigt Also Eingedeckt Hier am Anfang Am Anfang steht keiner, oder? Nee Hm Ach, ich habe vergessen Dass ich an Soda nicht hinkomme Warte mal, warte mal Nein Nein Lass mich So, warte mal Ich habe einen im Freezing Cave Da gemacht, ne? In dieser In dieser Eishöhle Ich hätte irgendwie immer gedacht Einer muss hier irgendwo sein Ich habe aber keine Ahnung Wo der noch sein kann Die Hunde auf irgendeinem Auf irgendeinem Plattform vielleicht Dem habe ich aber seinen Hut aufgegeben Hallo Tauch mal wieder auf So, warte mal Gibst du vielleicht einen Hinweis? Wo ist der letzte Schneemann? Ich bin mir sicher Ich bin dem bestimmt schon irgendwo begegnet Aber ich kann mich beim besten Willen Nicht daran erinnern Ich bin deriese Scheiße